Yo was geht des Infinity Freunde Takeover Part Nummer 5 und zwar sind wir jetzt immer noch im alten Westen hier von The Lone Ranger und jetzt holen wir uns erst einmal ganz gepflegte Kiste dahinter ne das machen wir jetzt einfach mal so aufgepasst, ich habe mal gewechselt, ich habe jetzt Sabine drauf so und wir bekommen, wir bekommen, wir bekommen, wir bekommen einen Wikinger Helm, sehr schön so den gucken wir erstmal an, was der so drauf hat der Helm äh da ist er wird der Sidekick getragen, fühlt er die Spezialanzeige des Characters wieder auf nein, da ist uns die Gesundheit doch ein wenig lieber als diese Spezialfähigkeit so da oben habe ich doch eine Münze gesehen, habe ich die da oben gesehen natürlich, zack, jawohl, haben wir auch sehr schön passt so die Frage die ich mich jetzt ausstelle, hat der Sidey wahrscheinlich Hunger oder ich glaube ja, der hat bestimmt Hunger, auch brutalst so, ich frage mich, ob wir uns nicht vielleicht auch noch einen anderen machen sollen obwohl ich ja sagen müsste, ich habe da meine Lieblings Sidekicks, ja die ich hundertprozentig dann später gerne spielen möchte und da brauche ich dann, ähm, das Essen auf jeden Fall so, aber, na komm, egal wenn er Hunger hat, dann hat er Pech gehabt, ne, brauche wir nicht so, da spare ich mir das Essen lieber für meine, ähm, anderen Sidekicks auf die ich auf jeden Fall dann, ähm, verbessern will so, apropos Sidekick wo warst du schon wieder so, aber was gibt es hier, ich glaube auch TNT absolut so, oh, warte mal oh, warte mal, das knallt oh, das knallt oh, ich bin da runter geflogen direkt oh, das hat auch geknallt das war ein wenig zu heftig gewesen aber ich glaube, da hat mich irgendeiner runter geschossen so, ich frage mich natürlich, ob auf der anderen Seite noch irgendwas war deswegen werde ich jetzt erstmal da hingehen, bevor ich die eine Seite da begutachte okay, warte mal warte, 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 warte oben ist noch eine Kiste, habt ihr sie gesehen? ich habe sie sofort gesehen so, zack, 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 zack auf der Seite mal gucken da ist auch was zum Hochklettern, sehr schön werden wir uns auch gleich angucken aber erst holen wir uns jetzt die Kiste vielleicht sei ja noch eine neue Waffe drin ich wünsche mir endlich mal eine bessere Waffe, ja jawoll, ein Bogen ja, endlich was ist denn da los, sag mal so, wo ist der Bogen? da nur sechs schießt ein Pfeil auf, Gegner alter was soll ich denn damit? sechs können wir verwenden, falls wir dann irgendwann mal ja, unsere anderen Sidekicks ausbilden so, und was gibt es hier noch Schönes? noch eine Giste auf ein neues ein Rebellen-Pilotenhelm okay, aufgepasst aufgepasst der getragene Sidekick wird zum Schutzschild ja, natürlich wird er das so, okay das war nothing jetzt gehen wir uns die Pferde holen die müssen wir ja da koppeln da an der Koppel koppeln an der Koppel koppeln boah, wie viele kommen denn hier noch? so, rein hier mit mir zack das war das erste von drei jen sehr schön okay, jetzt geht's aber ab hier jetzt geht aber ab hier jetzt werden wir ja gerade ein paar zu viele nein, 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 erstes Pferd, erstes Pferd, erstes Pferd, erstes, hallo, erstes Pferd, so, zwei, jetzt gehe ich da nochmal hoch, weil auf der anderen Seite ist bestimmt eine Kiste gewesen, hätte ich mir auch als erstes greifen können, bevor ich jetzt doppelt und dreifach da wieder hochlaufen muss ich glaube, mein Zeitkick ist mit dem Maschinengewehr besser bedient, kann das sein, weil der Zauberstab, der braucht immer so seine Zeit, ne, bis der geschlagen, ne, wo ist der mal, wo ist unser mal, oder die Wurfdorche, die sind eigentlich auch ganz gut abgegangen hier, Maschinengewehr, zack was gibt's denn hier, ein Salatkopf vielen Dank, aber es klingt, als würden diese Jungs da vorne nochmal Ärger machen, ja, so steck heute ich wieder nicht lesen, ist nicht schlimm, wir schnappen uns jetzt schnell den Schlüssel und gehen durch das Tor dort hinten so, okay so, Sidi, kommst du bitte mit Robin Robin Hood wie komm ich denn da hoch? muss ich einmal rumlaufen, oder was? so, zack, 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 so muss das sein ja, ja, schießt ihr mal da hinten auf mich, ihr könnt sowieso nichts mitreißen da direkt noch ne Pizza geschnappt und jetzt geht's hier lang, zack schnell, 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 die schießen da weiter auf mich, hallo was ist das denn? das ist ja genau, das ist das Ding, was mich letztes Mal sofort kaputt gemacht hat, wisst ihr das noch? boah, ekelhaft, ekelhafter Ding hier, der kann die hier kaputt machen, auf die macht er die mit einmal kaputt natürlich macht er das nicht oh, da ist Kiste, da ist die Kiste, da ist die Kiste nein, nein, nein bitte nicht, nein boah, ich hab doch überlebt ein Trank ab sofort der Toybox verfügbar, okay oh, bitte mach die, ja, der macht die auch kaputt ja, der macht die auch kaputt oh, nein oh, wie viele oh, der geht nicht kaputt, der geht nicht kaputt jetzt ist er kaputt jetzt ist er kaputt oh, wir haben's geschafft oh mein Gott, wir haben's geschafft so, und den Salatkopf nehmen wir natürlich auch noch mit so, muss das so, wenn ich richtig gezählt habe, fehlt uns eine Münze noch ich glaub ja, eine müsste uns noch fehlen die müsste irgendwo sein komm ich da rüber ja das war ja wohl genial, oder? wow, was? aus der Luft holt der mich da runter? ach, das gibt's doch nicht ey, der lässt mich da nicht runter was ein Ekel der den noch nicht der hat doch schon Level voll so, dann nehmen wir einen, der noch nicht Level voll hat der Qui-Gon könnte das sehen und tschüss, und tschüss das klappt schon mal nicht ey, geh doch den Schienen entlang ich komm da Tatsache nicht rein okay hast du Probleme, gehen ja zu überzwingen du kannst dich ja, natürlich, Alter ich mach von von schwierig runter auf leicht oder was? nee die sind ja so schon einfach genug es ist wieder da pass auf dich auf ooooh jau, danke schön, dass ihr so spät das Ding aufmacht für dich ist der Kampf vorbei die müssen die Kombination doch irgendwo aufgeschrieben haben sieh dich oben oh mein Gott dreh jeden Stein auf gesundheit niedrig wow, warum, warum oh, Alter ich hab doch oh, ich hab zu spät gedrückt so, warte mal ich setz mal Ezra drauf weil den haben wir doch damals verbessert gehabt dass der sofort alle wiederholt ein Zauberstab mit dem Evok-Dorf für ein Evok-Dorf haben wir jetzt freigeschaltet gibt die Zahlen die im Sand ach so wo denn alter, ich seh gar keine Zahlen hier ich seh gar keine Zahlen gibt die Kombination in den Bank der Triff tritt auf die Fall ja, aber wo stehen denn die Zahlen Alter der macht auch dieses Ding ein halbwös was da jetzt hinter mir ist hä ja ich seh die Zahlen nicht alter, bin ich doof was willst du denn von mir das war ne 1 das war ne 1 1 wo ist die nächste Zahl 3 mal die 1 3 mal die 1 really hast du schon mit der 3 an der was ich seh da oben nur die 1 ja danke für nix wie man sehen wir haben 3 1 4 welche Reihenfolge haben wir noch wir haben 3 1 4 da ist er ok noch ein weiterer Stein in unserem Puzzle komm einfach zurück dann sehen wir uns das mal an ne Kollege Moment du haust mir jetzt hier nicht ab da innen ist nämlich doch die letzte so 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 ist da oben noch die 1 hoffentlich ja weil jetzt suche ich mir nämlich mal hier die Zahlen zurecht jetzt mal ernsthaft ich seh hier nur ne 1 wo ist hier ne 3 wo ist hier ne 4 tut mir leid aber das seh ich nicht da wo 1 ja 1 tut mir leid ich seh ich seh es nicht vielleicht bin ich doof seht ihr was ich meine ich seh es nicht ihr ich hoffe mal nicht gut fliegen wir zurück die Münze haben wir vergessen gut können wir nichts machen können wir nichts ändern ich seh trotzdem keine 3 und keine 4 ich hab nur die 1 gesehen warum ist das denn so ich weiß es nicht ja natürlich dann lädt sie doch direkt mal wieder 5 Stunden ne erst mal die Zahlen nicht anzeigen und dann laden ne natürlich natürlich ganz klar so machen wir fertig hier zack 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 so ich denke mal wir müssen wieder so eine hellen vernichteraufgabe in der nächsten folge versuchen oder machen bestimmt ja das müssen wir in der nächsten folge wieder machen freunde wieder eine runde hellen vernichter aber ihr habt es jetzt immer gesehen freunde ja alles gar kein problem bloß was ich jetzt anders machen werde ich werde definitiv ja nicht durchrennen wie so ein beserker ja doch ich werde durchrennen wie so ein beserker weil ich nämlich erst die ganzen sachen einsammeln will so ist es und nicht anders so da bin ich direkt mal runtergefallen freunde wenn es euch gefallen hat wisst ihr bescheid daumen nach oben würde mich auf jeden fall sehr darüber freuen abonnieren nicht vergesse wer es heute nicht getan hat und keine folge mehr zu verpasst und in dem Sinne auto rein vielen dank und peace gerade so pünktlich irgendwann war da auf jeden fall so äh ja genau hier müssen wir rein äh das Jungen äh das Jungen B